Stay to you, happy. Wünsch dir was. Yes, ist immer eine süße Idee. Ein Mann ist gegangen, Salvatore hat sich aus dem Staub gemacht, der nächste Mann ist zu gewinnen. Ich habe Ihnen es ja vorhin schon angekündigt, Sie können heute Konzertkarten für David Hasselhoff gewinnen. Sie brauchen nur so schnell wie möglich bei uns anzurufen. Und die ersten zehn, die telefonisch durchkommen, erhalten zwei Karten für das David Hasselhoff-Konzert am 5. Mai in Frankfurt. 0, 2, 2, 1 ist die Nummer für Köln und dann 4, 5 und 3 mal die 4 wählen. Ja, jetzt hatten wir einen Mann zum Zocken, einen Mann zum Gewinnen und jetzt kommt ein Mann für Sie, der sehr, sehr gut aussieht. Er sieht so gut aus, dass er richtig Imageprobleme bekommen hat. Denn über ein Jahrzehnt lang bekam er nur Rollen für Liebhaber, Weichlinge, Softies. Aber er wollte mal so einen richtig kernigen Typen spielen. Und der Film, zu dem ich Sie jetzt einladen möchte, das war der erste Schritt auf dem Weg zum neuen Image. Quartermain 1 können Sie heute sehen, morgen um 20.15 Uhr, Quartermain 2. Richard Chamberlain spielt den Abenteurer Alan Quartermain, der auf der Jagd ist nach dem legendären Schatz des König Salomon. Und der Film, der auf der Jagd ist nach dem Weg zum neuen Image. Dann wären wir jetzt schon bei dem Schatz. Okay, okay, wenn wir das nächste Mal ein Flugzeug klauen, dann darfst du es kaputt machen. Wie du chinesisch? Frisch aus der Pfanne. Fleisch und Knorr-Panne-Algusto. Pfanne-Algusto für chinesische Gerichte. Schmeckt's? Wunderbar. Knorr-Essen mit Lust und Liebe. Ein typischer Vertreter der Kompaktklasse. Klein und übersichtlich. Mit allem drum und dran. Serienmäßig mehr Ventiltechnik. Und regelmäßig vorderste Plätze in der ADAC-Pannenstatistik. Der Corolla. Kein typischer Vertreter der Kompaktklasse. Nichts ist unmöglich, Toyota. Ich liebe das Leben. Das echte Leben seiner Kleinigkeiten wiegen. Mal gewinnen, mal verlieren. Fürs echte Leben musst du auch mal was riskieren. Echtes Leben, echter Leibniz. In Leibniz steckt viel Liebe drin. Leibniz von Balsen. Echtes Leben, leibniz von Balsen. Echtes Leben, leibniz von Balsen. Leibniz von Balsen. Scotch Whisky. Raffiniertes Haar von Helen Köttes. Typisch Whiskaskatzen. Ganz schön neugierig, die Kleinen. Ab geht die Post. Mal sehen, wo man noch zupacken kann. Nicht jeder findet sofort ein gemütliches Plätzchen. Einige sind da sehr wählerisch. Nur beim Fressen sind sich alle einig. Whiskas. Das schmeckt den Kleinen und den Großen. Katzen würden Whiskas kaufen. Typisch. Oh, nein. Zur schonenden Reinigung nur Swirl-Brillenputztücher. Die einzigen aus Fibrilan. Kuss für klein und innen groß. Wir sind einfach wiesenstark. Monsterbacke ist famos. Jeder macht das, was er mag. Monsterbacke Frucht. Monsterstab der Früchtequart. Voll Frucht, voll Tart, voll Wut. Monsterbacke nennt das mit. Auf den Wunten, Monster-Triff. Monsterbacke Frucht. Menü. Monsterstab der Früchtequart. von Ehemann. Wenn wir nicht gerade Tango tanzen, fahren wir den sportlichen Kadett Dream. Der Opel Kadett Dream. Besonders rund. Sportlich. Fehlerfrei. Melitta Kaffee auslese. Diese Belohnung hab ich mir verdient. Oh, entschuldige natürlich. Zuerst ein Schluck Kaffee. Dann klappen, schließen und ausatmen. Dieses Melitta Aroma. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Das ist die fröhliche Eiszeit. In Schöller ist Musik. Mein Herz schweigt gigantisch. In Schöller ist Musik. In Schöller. Das ist die fröhliche Eiszeit. In Schöller ist Musik. Der blaue Streifen, der die Rasur so sanft macht wie nie. Aquaglide von Döfensan. Mein Name tut nichts zur Sache. Bis vor fünf Tagen konnte ich mein Gesicht jedenfalls nicht öffentlich zeigen. Pickel. Dann, ein heißer Tipp. Geh in die Apotheke. Ultraklerasil. Neu. Medizinisch hochaktiver Wirkstoff. Wirkt super schnell. In nur fünf Tagen. Nach nur eins, zwei, drei, vier, fünf Tagen holte mich Karin dann raus. Sie sagt, ich sehe verdammt gut aus. Neu. Ultraklerasil. Und die Tage deiner Pickel sind gezählt. Alles klärt. Aus dieser Quelle trinkt die Welt. Apollinaris. Die Queen of Tegelwaters. Die Queen of Tegelwaters. Alles okay, Mami. Kinderschokolade. Die Schokolade für die extra Portion Milch. Dann haben wir beide ein schlechtes Gewissen. Ich wollte, dass du für deine Mühe auch belohnt wirst. Ich glaube, jetzt wird es auch Zeit für uns. Wir haben noch einiges vor. Ein Abenteuer, das auch gefährlich werden könnte? Bohe. Bo Kone. Bohe. Bohe.